Hey, ich wusste ganz genau, dass er dort ist. Wie bist du da reingekommen? Äh, O-Modis von L. O-Modis bei L. Jasch, bitte. Ganz kurz. Was? Scheiße, das sind beides Gegner. Das sind beides Gegner! Sicher? Ach so, ja, ich stehe woanders. Auf der Kiste, Baby. Nee, hier oben. Hab ihn. Jetzt kannst du nachladen. Natürlich! Oh scheiße, die Wall. Oh Mann, das ist da unten aufgekloppt. Hab sie... Vorsicht, bei den Doors ist jemand. Meine Liebe! Oh Gott. Ich hab eigentlich grad nur meinen Maid zugesprochen. Aber okay, auch... Cool, Kappa. Okay. Ja, direkt über mir. Ah, oder der Dwight ist vor meiner Nase. Nice. Sie haben halt einfach mein Hex tot und kaputt gemacht. Und deshalb sind sie jetzt gerade exposed. 40 Sekunden, ne? Ist hell geschockt. Ja, ich wusste doch, dass hier irgendwo jemand ist. Wasted Palette. Wasted Palette. Nochmal Wasted Palette. Habts dich. Jetzt. Auf. Wie Christbaumkugeln am Weihnachtsbaum. Feuerwerk. Wuhu. So. Ist sie... Nein, sie ist wieder raus. Ich hab's grad noch gehört. Ich hab's grad noch so gehört gehabt. Ah, da sind sie ja. Was ist denn mit dem Overbag? Was war das denn? Oha. Keine Ahnung, was sie da machen wollte. Habt gefühlt. Den kriegen wir den Dwight. Dwight D-Line. Hallo. Guten Tag. Einmal gehittet. Fehlt noch ein zweiter Hit. Okay, den holen wir uns. Den kriegen wir. Da haben wir ihn. Einmal Dwight zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. Overbag, mein guter Mann. Ach, Overbag. Ich möchte dich doch nur umarmen. So. Den ersten Kill haben wir schon mal. Den Dwight holen wir uns doch. Nein, er hatte... Okay, okay. Ich verstehe. Den Dwight, den möchte ich haben. Den möchte ich unbedingt haben. Leckerbissen. Ach. Du ungezogener Typ. Wieso bist du noch drüben? Hab dich. Aber wir machen erstmal die Palette kaputt. Das war nämlich eine gewastete Palette. Und wir hängen sie mal auf. Haben wir gehittet schon mal. Ah nein, die war im Weg. Gut. Dann machen wir das so. Das ist die eine. Hat schon mal einen Hit. Gut. Die andere habe ich gerade hinter mir gehört. Aber wir verfolgen jetzt lieber mal hier. Ja komm. Dann halt nicht. So, die andere war auch noch hier irgendwo in der Nähe. WTF? Das war jetzt echt nicht so schlau von dir, meine Liebe. Huh? Hoch. Das war viel zu hoch. Nope. 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 Ey, das darf nicht wahr sein. Gut. Gut, dann haben wir dich. Ein lila Medikit, was noch voll ist. Geil. Danke, Randy. Echt? Hello, Motherfuckin. Klar, er rennt runter in den Keller auf gut Glück und sucht nach mehr. Ja. Der war so richtig random im Keller. Äh? Was ist das für eine Hitbox? Nein, nein, nein. Er ist ja nicht mal mehr gesprungen. Er hat gerade gecharged und ich bin weggerannt. Aber er ist nicht gesprungen, er hat mich getroffen. Was? Hitbox-technisch hasse ich diesen Killer. Wo ist das für ein Hextotum? Ah, ich habe sein Hextotum gefunden. Was? Ich war hinter... Scheiße. Er ist direkt weggesprungen. Bye-bye. Alter. Ja gut, ich bin tot. Er morit mich. Er tinkt es morit. Ah ne. Ich bin obsession. Hätte es sich eigentlich die ganze Zeit holen können. Er war die ganze Zeit am Arsch geklebt.